Erdgänge grabendes Tier Ein erdgänge grabendes Tier ist ein Tier, das einen Bau als Unterkunft oder zu seinem Schutz anlegt. Dazu gehören zum Beispiel Kaninchen, Maulwurf, Murmeltier, Erdhörnchen oder Salamander. Anmerkung Ein Loch von einem Tier, das keine Erdgänge gräbt, wie zum Beispiel von einem Hund, gilt nicht als ungewöhnlich beschaffener Boden. Ausnahme, das Loch wurde als Boden in Ausbesserung gekennzeichnet oder dazu erklärt. Untertitelung des ZDF, 2020